Ich wünsch mir, ich werde von dieser wunderschönen Drachenfrau gebumpst, der von Sieg ich mir gezeigt habe. Und Sie können mir glauben bei ihr. Das ist ein bisschen bummisch an, aber bei ihr fick ich immer und immer. Das ist auch ein großer Drache, wieso ich jetzt kann das Zwerg da oben liegen, ja. Echte Freunden hassen mich, aber der Drache, der liebt mich, ja. Kann ich mich selber mal rumgehen, aber... Ja. So. So. Okay. Sind nur Brems anstehen ich, ja. So, erstmal auf Tag stehen. Ja, das ist nämlich sehr viel auf Tag, aber... Sind sie wohl. So. Wenn das ist okay, geht jetzt mit den Blasenstein, aber dann ziehen wir das mal aus. Klingeln. Sind sie wohl. so warum sind sie denn nicht damit hier oh foxylein denn sie wollen denn sie wollen so wie hier kommt denn jetzt in meinem Rettungsschwimmer ja so hier machen wir den Segel auf dem Zimmer ja habt ihr noch heute oder nicht ja so wie hier zwei stück wow so eine Sekunde 0 Sekunden dann wird ja auch ein Fiebergefängnis vorne die kommt dann wahrscheinlich später dran wenn ich da nicht hier hochgeladen habe wo die Gitarre ja so schau ein bisschen rüber nochmal zunächst so 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 weil wir jetzt nichts davon haben solche brauchen wir ein bisschen nach 1 2 3 4 5 6 7 9 so 12 Finger drauf und dann nehme ich 12 oder wollen wir noch noch ein bisschen klein pull so hier können wir mal erde machen so hier so hier mal ein bisschen erde noch oben bohren obwohl ja noch ein bisschen größer machen ein ein bisschen größere pull so ok ein 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 so ein so ist ist das das ist das 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 ist das das ist das das ist das 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 ist das 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 ist das 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 ist das 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 ist das 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 ist zu lange So, okay. So, hier kommt der Eingang. So, ich muss mal eine Reihe hören, dann seht ihr ein bisschen, ob ich das rechte aussehebe. Die Kinder sehen, ob ich ein sehr guter Zimmer erstelle da war.